Willkommen zurück zu Persona 5 Royale. Ja, wir sind hier in einen sehr seltsamen Ort gestoßen. Hier soll ja eigentlich die Schule sein, aber irgendwie ist es ja nicht. Wo sind wir? Das sollte die Schule sein. Ich denke. Aus dem Service. Wo sind wir zu Ende? Das Sign war für die Schule, richtig? Vorne am Tor stand was. Ja, ich kann es mal nicht lesen. Ich gehe mal davon aus, das ist das Zeichen der Schule. Ja, also ja. Right? Du sahst es auch! Geh, du hast mich erschreckt. Wer bist du? Du bist ein Student? Mann, dein Kostüm ist sehr beeindruckend. Ist das Arme wirklich? Komm mal, nicht nur stand da und sag was. Hey, was ist passiert? Das ist ein Lehrer, Fragezeichen. Was ist das? Mann, ich weiß nicht. Das Scheit ist echt. Das ist klar. Das ist klar. Du wirst meine Klinge verbrechen, verdammt! Was ist denn, du denkst, du bist... Geh sie weg! Hey, wach auf! Das sieht aus wie ein Kerker oder so. Du bist okay? Ja, bei dir? Ja, mehr oder weniger. Das sieht aus wie kein Traum. Ja, was ist passiert? Hey, lass uns hier raus! Ich weiß, dass jemand da ist! Verdammt, woher sind wir? Ist das eine Art Film? Ist das ein Film-Set? Ich finde es sehr berühmt. Was war das jetzt? Woah, 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 woah! Du wirst mich verbrechen, oder? Warte! Komm mal, Mann! Hey! Hm... Wie lange ist es hier seit die uns K.O. geschlagen haben? Verdammte Scheiße! Das geht doch keinen Sinn! Das ist ramponiert. Das möchte ich auf gar keinen Fall benutzen. Hey! Sollen muss die drinnen verstecken und die Wachen überlisten? Aber das funktioniert sicher nicht so toll wie im Film. Hm? Hast du das gehört? Das sind ja mal sehr krasse Urteile für die Gestraftat. Das sind ja mal sehr krasse Urteile für die Gestraftat. Sag was? Niemand ist zu tun, wie sie in meinem Kastel lieben. Huh? Warte! Warte! Ist das du, Kamoshira? Kamoshira? Ich dachte, es war ein verdammter Thief. Aber ich denke, es wäre du, Sakamoto. Hast du versucht, mich wieder zu verbrechen? Es sieht aus, dass du deine Lehren überhaupt nicht gelernt hast, hm? Und du hast einen Freund gebracht, weil du nichts für dich selbst machen kannst. Das ist nicht lustig, du Scheiße! Ist das wie du mit einem King sprachst? Es scheint, dass du nicht verstehst, die Position du bist. Du hast nicht nur in meinem Kastel lieb, aber du hast den Kastel lieb. Du hast den Kastel lieb, mich zu verbrechen, der King! Die Verpflichtung für das ist die Todesfache. Es ist Zeit für eine Exekustion! Geh ihn aus! Stopp! Gott, verdammt! Ich bin nicht bereit für dieses Schiff! Komm, wir sind weg! Geh ihn aus! Die Leute sind ernsthaft! Oh, wir sind weg, sind wir? Wie ein freundlicher Freund du bist! Er ist kein Freund! Komm, wir sind weg! Was ist das Problem? Zu Angst, zu weg? Pfft! Der Schiff ist nicht wert, meine Zeit. Ich fokussiere auf dieser Exekustion. Geh das! Lulig, Schum! Useless Pest! Huh. Wo ist deine Energie? Ich habe dich von früher. Ein Pesant, wie du, ist nicht wert. Ich werde dich jetzt jetzt töten. Hast du den Verstand verloren? Hm? Warum? Du bist nicht erwartete. Du wollen sie nicht wissen, was ich bin. Das Blick in deine Augen irritieren mich! Er hält ihn da. nach der Schiff hast. Da kann es auf den Verstand sein. Das ist jetzt deine Zeit zu sterben. Nein, ich will nicht sterben. Haha, das ist echt eine Unbeziseisheit. Ihr chances of winning are almost none. But if my voice is reaching you, there may yet be a possibility open to you. What's the matter? Are you simply going to watch? Are you forsaking him to save yourself? Death awaits him if you do nothing. Was your previous decision a mistake then? None. Call upon my name and release thy rage. Show the strength of thy will to ascertain all on thine earth. You'll now be chained to hell itself. Execute him. Das reicht. What was that? You desire to be killed that much? Fine. Ugh. Ugh. G-g-gah. Huh. T-tack-tack! G-g-gah! G-gah! G-gah! Huh? Ah! W-What the? Ich bin der Pillager von Twilight, Arsens! W-What the? Ich bin der Rebels-Soul, der in dir liegt. Wenn du so möchtest, werde ich dir die Kraft geben, um durch diese Krise zu brechen. Hm, sehr gut. W-Who the hell are you? Guard! Start by killing that one! Du wirst die wirkliche Kraft von meinen Männern lernen! Diese Kraft von meinen ist deinem! W-Who the hell are you? Kill them however you want! Run wild, do your heart's content! Ah, ok, ähm... Hauen wir erstmal drauf! Hau! W-Who the hell are you?! Was ist das? Persona! Du bist mir! Oh, das ist jetzt Level Up! Cool! Alright, Level Up! Level Up! Was? Was war das jetzt? Du kleine... Ha! Du magst das, du Scheiße! Du meinst das? Okay, es ist locked! Damn you! Hey, was war das jetzt? Was war das jetzt? Und... Was war das? Wow! Es ist wieder normal! Ah! Du Schöpfle! Gott, das ist verdammt krass! Was war das jetzt? Alles klar, lasst uns schrauben! Du leidst den Weg! Oh Mann! ... ... ... Was... Was war das? Hey, wir müssen ihn ignorieren, um einen Ausgang zu suchen. Okay! Ist ja ein Hund im Dungeon. Für echt? Verdammt, wir müssen einen anderen Weg da durchsuchen. Ich weiß nicht, Mann. Ich sehe keinen anderen Weg. Außer wir können drüber springen. Ja! Okay, wir können hier entlang gehen. Ich gucke mich wahrscheinlich wieder zu viel um, Jens, aber... Das ist halt normal, ne? Das musst du. Hm? Was ist denn? Yeesh, können wir das wirklich durchsuchen? Auf der anderen Seite ist es nicht mehr, was wir versuchen können. Okay, lass uns gehen. Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Ich denke, man darf durchkriechen. Okay, wahrscheinlich müssen wir das auch, ne? Weil die Tür hier zu sein wird. Ja. Verdammt! Verdammt! Sie öffnet sich nicht. Wir brauchen einen Ausgang. Gibt es noch einen anderen Weg? Ja, ich habe schon einen gesehen. Wow! Shit, meine Tasche steckt fest. Dann zieh sich hinter dir her. Sollte nicht zu schwer sein. Okay. Es ist ganz cool, wie die Karte sich auch dynamisch updatet und solche Türen, die nicht aufgehen, sovon bei X markiert werden. Und das ist ganz angenehm. Alter, das ist eindeutig nicht der Ausgang. Ja, ich weiß. Ich wollte mal gucken. Hey, Moment mal. Sieh mal, da drüben sind ein paar gepanzerte Typen. Wenn wir die konfrontieren, rufen sie bestimmt Verstärkung. Wir sollten eine Anstrecke nehmen. Okay. Ich hoffe, es gibt eine andere, die nicht in eine Sackgasse führt. Ist das eine Zugbrücke? Und wieder. Was zur Hölle ist dieser Ort? Ich weiß nicht, ob ich diese komischen Zwischeneinblüfe zwischen oben immer mitbekomme und schnell noch lesen kann. Also achtet im optimalen Fall ein bisschen selbst drauf. Dürfte für euch leichter sein. Hey, wir müssen uns verstecken. Da drüben. Die suchen nach uns, oder? Ich spiele ja nicht mehr mit. Wir müssen einen Weg raus zu diesem verdammten Ding finden. Wenn es hier hoch geht, meinst du, dass es da raus geht? Ich hoffe es. Keine Ahnung. Hast du die beste Idee? Geht's hier nach draußen? Hey, lass uns bloß sehen, was wir hier wegkommen. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das ist nicht der Ausgang. Was zur Hölle ist das hier? Was zur Hölle? Äh, hey, schau mal. Wir haben wirklich Leute schreien hören. Dann sind wir nicht die einzigen, die gefangen wurden. Geht, äh, geht es ihm gut? Äh, ich weiß nicht. Sieht ein bisschen verzweifelt aus, der Mann. Hä? Hä? Da oben ist irgendwas, eine Brücke und eine Statue? Was zur Hölle? Schon wieder eine Sackgasse? Verdammt, wie zur Hölle sollen wir hier rauskommen? Hey! Hey, du da! Hey! Hey! Blondie, Wuschelköpfchen hier drüben! Ja, was ist das Ding? Du bist nicht Soldaten von diesem Kastel, oder? Geht mich hier raus! Schau, die Karte ist da! Wir versuchen, hier rauszukommen. Ich meine, du klingt natürlich auch wie ein Feind. Ich bin hier gefeiert, also wie kann ich dein Feind sein? Hilf mich raus! Schau, die sind aus! Wo ist das? Ich bedenne dich, du musst, du hast mir helfen! Sie sind schon aufstehen. Oh shit, es gibt noch keine Service. Es gibt keine Möglichkeit, zu kontaktieren jemanden aus. Wie in die Hölle sind wir raus? Hey, Sie auch! Sie wollen wissen, wo der Exit ist? Lass mich raus, und ich will dich dort. Sie wollen nicht geteilt und geschützt werden, oder? Kannst du uns wirklich helfen? Ich gehe nie auf meine Worte zurück. Das Ding klingt, als ob es alles spricht. Wenn ihr euch denkt, dass ihr euch alleine rauskommt, dann bin ich mein Gast. Was tun wir? Bist du wirklich nicht mit uns schlafen? Wenn ihr nicht ruft, dann werden sie dich holen. Okay. Die Freiheit ist so großartig. Now, wo ist die Exit, du Monster-Kat? Don't call me ein Kat! Ich bin Morgana. Shut up, und hurry up! Willst du wieder aufstehen? Oh, all right, sheesh! Follow me, and stay quiet! It's fourth period already. Sakura-san said that he left the house this morning. Should I contact the police? Ich weiß nicht, das wird nur mehr als ein Wachstum. Was habe ich getan, um das zu verdienen? Ich will nicht mehr als ein Wachstum und nicht mehr als ein Wachstum. Ich kann das nicht mehr als ein Wachstum kennenlernen. Oh, ich glaube, wir müssen einfach das nachfragen. Wir müssen einfach überprüfen, was die Zeit nicht mehr ist. Ich dachte, wir müssen einfach weiterhelfen. Kommt später zurück. Was machst du? Was sieht es aus, was ich mache? Ich schaue die Brücke. Du, Frizzy Haar! Es scheint, dass du etwas schneller als unsere Blondie hier abbeißen kannst. Versuch die Hände dieser Statue, okay? Wie sollen wir das wissen, zu tun? Amateur. Kommt, weiter geht's! Oh, shit! Oh, shit, it's them! You amateur! Stay still. Hey, you. You can fight, right? Let's go. Come! You got one of those things, too? Hm, we will promptly shut them up. Ein Incubus. Damn Shadows. They've taken up intercept positions. Looks like it's not about capturing us anymore. They're out for blood. I'll back you up. So fight like your life depends on it. Let's go! Let's go! Sona! Go down! Hmph. I knew you were an amateur. This is how you fight! Zoro! Go down! Go down! Strike at an enemy's weakness to knock them down. Use that opening to strike again! That's the most basic of basics. Remember it well. Schwächen und nochmal. Skills haben verschiedene Elemente. Jeder Gegner hat gewisse Elemente, die Schwächen sind. Greifst du die Schwächen eines Gegners an, richtest du mehr Schaden an und bringst ihn zu Fall. Bringst du einen Gegner zu Fall, kannst du noch eine weitere Aktion ausführen. Das nennt man noch einmal. Noch eins, wie immer. Bringst du einen weiteren Gegner zu Fall, erhältst du erneut noch eins. Das geht weiter, solange du die Schwächen von Gegnern angreist. Das ist doch wichtig, dass man da hier das richtig liest, ne? Ihr bekommt es natürlich nur, wenn dir noch einen Gegner zu Fall bringt. Wenn jemand schon zu Fall gebracht ist, wird das nicht funktionieren. Wenn jemand schon zu Fall gebracht ist, wird das nicht funktionieren. Komm, lass uns hurry und durch das gehen. Das käme ja schon aus Persona 4 und so weiter. Zoro, schau dir deine Macht! Ja! Persona! Du bist mir! Persona! Schmerz! 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 Ich levelte auf. Oh, eine beeindruckende Skill! Spaltung. Ein physischer Skill. Hier sehen wir auch schon sehr viele von den Elementen. Boah, weiß ich noch alle? Keine Ahnung, warte mal. Das erste müsste physisch sein. Das zweite dürfte Piercing Damage sein. Und bezieht sich hier wahrscheinlich auf eine gewisse Art von Waffe. Ähm, Feuer, Eis, Blitz, Wind. Ein bisschen wie so, ne? Force wird es manchmal auch genannt. Bei dem Lilian-Nender bin ich mir echt nicht so sicher, was das ist. Das danach ist, glaube ich, nuklear. Und das danach dürfte Licht sein. Und das danach, wenn dieser Flugkampf durch finstern ist. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das zwischen grün und blau ist. Hm. Na, wir werden es noch rausfinden. So, da haben wir ja. Leichter Flugschaden bei einem Gegner. Und jetzt haben wir Spaltung. Leichter körperlicher Schaden bei einem Gegner. Okay, ich sehe schon. Hier kosten die physischen Skills wieder Lebenspunkte. Und nur die magischen Skills kosten SP. Ein besseres Test haben wir auch bekommen. Oh! Oh! Nicht übel. Deine Persona ist ziemlich stark. Persona? Meinst du dieses Ding, das da so dramatisch aus aus sich rauskommt? Mein Gott. Ja, hast du gesehen, wie Wuschel hier seine Maske abgenommen hat? Als er sie abgerufen hat? Tja, jeder trägt tief in dem Herzen deiner Maske. Wenn man die auszieht... Wow! Hey! Hä? Ist wieder normal? Hm, anscheinend hast du deine Kraft und dich völlig unter Kontrolle. Die Transformation sollte sich eigentlich nicht so auflösen. Immerhin. Äh... Äh, genug. Dieser Scheiße gibt überhaupt gar keinen Sinn. Kannst du nicht einmal schildern und zuhören, Blondie? Nenn mich nicht Blondie. Ich heiße Ryuchi. Hey! Eigentlich hab ich gar keine Zeit, dir das zu erklären. Du willst doch lebend hier rauskommen, oder? Dann los! Oh, aber vorher? Hier, nimm. Aber... vorsichtig einsetzen, okay? Dreimal Medikamente zum Heilen bekommen. Komm, wir müssen uns beeilen. Zum Ausgehen ist es nicht mehr weit. Achtet nur darauf, dass ihr genug Tapet habt, okay? Es kann immer noch sein, dass wir hier kämpfen müssen. Menü. Drücke der... Gut, ich sag immer Dreieck, aber manchmal Y, um deine Werte und Personas zu überprüfen. Du siehst hier auch. Skills und Gegenstände. Na endlich. Ah, das vollständige Menü. Ah, schön. Okay, anscheinend kann Morgan aber auch ein bisschen heilen. Das ist gut zu wissen. Dir. Ja. Okay, du trägst die Maske von Asien bereits. Ah, ich liebe es, wenn es Hintergrundtexte gibt. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir auch jedenfalls mit. Er ist schwach übrigens gegen Eis. Okay, schwach gegen Licht ist er auch. Ich weiß nicht, was FO ist, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, dass es irgendeine Art Resistenz gegen diese Finstern des Fluchkrams ist. Aber ich bin mir nicht sicher, was FO bedeutet in diesem Fall. Hm, werden wir noch rausfinden. Witzig, dass das Café auch Leblanc heißt. Er erscheint überall und ist ein Meister der Tarnung. Er hilft oft rechtschaffenden Bürgern. Ja, ja, ich weiß, ich wollte zurück. Ich kann, glaube ich, noch nicht gucken, was mit der Persona von Morgana abgeht. Aber das können wir schon irgendwann mal. Äh, machen wir einfach weiter. Tür ist zu. Hey, warte! Hey, beeil dich! Wir müssen abhauen, bevor noch mehr Soldaten auftauchen. Ja, tun wir. Nein! Nicht da lang. Der Ausgang ist da drüben. Ja, aber die Tür hier ist gelb. Das heißt, das merke ich mir mal. Da können wir wahrscheinlich theoretisch durchgehen. Da können wir wahrscheinlich theoretisch durchgehen. Da können wir nur noch einmal nach Hause gehen. Man muss losgehen. W Ordnungszeichen, die sind jetzt nicht richtig drüber. Der Ausgang ist das Wasser, weil wir schnell wieder sehen. Drei mal, los geht's! Da kommen wir. Aber das ist die Leute. Was ist das? Da denken wir hier? Zu und zu. Was ist das? Da! Du sollte mich hören haben! Kämtchen für mich. Ich bin froh, dass du mit deinen Schäden stehst. Es sieht aus, dass es auch sehr schwer geht. Oh, eine Pixie. Ach ja. Zwei Pixies sogar. Pertona! Du bist mir! Äh, den Schwachen findest du das. Das ist gut. Los geht's! Ravage sie! Das ist Fass! Kein Problem. Pert! Lass uns weg, bevor noch mehr entstehen! Hör auf! Hör auf! Wir können nicht nur die Leute hier verlassen! Du verstehst es wirklich nicht, oder? Oh! Es gibt keine Zeit, um es zu erklären. Schau, ich gehe. Wenn du nicht folgst, bist du mein Gast. Verdammt! Okay, ich komme. Hier! Wir sind. Wir sind hier. Oh, endlich. Wir sind gegründet. Es ist nicht öffnet. Du schickst uns, du blöchst! 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 Wo solltest du von hier rauskommen? Es gibt noch keine Schmerzen! Oh, amatür. Das ist das die größte Basis der Basis. Die Schmerzen. Das ist richtig! Wie ich dachte, du bist ein Natur. Klar. Es lebt überall raus. Ich sehe. Dann müssen wir nur diesen metallischen Fisch ausziehen. Und eine... und eine... Die Schmerzen. Oh, crap. Die Schmerzen haben uns nicht gehört, haben sie? Seriously? Wir sind endlich raus. Du solltest warten, bis du wirklich rauskriegst. Jetzt gehen Sie! Aber was ist mit dir? Es gibt noch etwas, was ich immer noch muss. Wir gehen unsere separatee Weg. Lass dich nicht wieder erwischen. Hm. Du solltest auch vorsichtig sein. Bis zum nächsten Mal. Die beiden seien sinnvoll. Besonders der friszy-haired one, wenn meine Aussage richtig ist. Wuschelkopf. Toll. Äh. Ich hab auch einen Namen. Es sieht zumindest wieder als recht normal aus, ja? Ich hab auch einen Namen. Du solltest wieder zurückkommen. Du solltest wieder zurückkommen. Rückkommen? Das bedeutet, dass wir wegkommen? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr was zu denken. Was war das denn? Das... Kastel... ... und... ... und Kamoshida... ... und das weirste Katt? Was ist denn los? Was ist mit dem Kallenge? Das werden sie uns bestimmt glauben, das ist Hakamoto. So. What? Ryuji. Oh, hand over your bag. You better not be doing any drugs. Toll. Why would you think that? Are you his friend? Ich bin ihm noch nie... Er hat nicht gemobbt. So in der Art. Was ist das? Wer ist denn? Wir kommen eh zu spät. Wir werden uns nicht glauben. Und eigentlich darf ich nicht zu spät kommen, also... W-warte ein bisschen... Ist Sakai wirklich? Okay, ich bin weg. Ein Minister der Transport Nachrichten, die seine Reise erinnern hat... Ha, ha, ha. Dinge gehen wie geplant. Sai Nijima. Ja, das mich erinnert. Es ist besser, um es zu bleiben, für heute. Ist das wirklich? Ich bin sicher, dass wir das gleiche sind. Was passiert hier? Das ist genau das, was ich wollte dir fragen. Wir haben von der Polizei getroffen. Ein verdammte Mann hat uns überrascht. Hm, es ist rar, nicht zu sehen. Wo waren Sie bis zu diesem Zeitpunkt? Äh... Ein Kastel? Ich bin sehr überzeugend. Herr Kamoshida? Sie sind sehr hilfreich, Sakamoto. Und... Es ist eine Unterschiede, von wenn du morgens gemacht hast für die Träckteam. Hör auf! Es ist deine Schuld, dass ich... Wie darfst du so sagen, Herr Kamoshida? Ah, es ist nicht so viel Platz für dich, wie du? Er ist derjenige, der mich verletzt hat! Ich bin sehr gut. Sie wollen wirklich nicht mehr überrascht werden? In jedem Fall, du musst dir sich erklären. Fass mich. Was? Das ist blöchig! Komm jetzt. Ich sollte auch mehr überrascht sein. Lass uns nur sagen, dass wir beide zu blöden sind. Na ja, wenn du so sagst. Du kommst immer mit mir. Es ist nicht zufriedenbar, dass du sehr früh bist. Okay. By the way. Du bist der neue Transferstudent, korrekt? Der bin ich. Tatsächlicherweise. Have we met somewhere? Im Grunde ja. Nee, nicht im Schloss. Äh, es war ein Mädchen in deinem Auto. That's right. I remember now. Well, I'll overlook this just for today. I'm sure you've heard from the principal. But cause any trouble and you'll be expelled. Understand? Verstanden. At any rate. Hurry up and go to the faculty office. I'm sure Ms. Kawakami's tired of waiting. Good luck trying to enjoy your new school life. Hmm. The school turned into an old castle. A talking cat. Are you hallucinating from an overdose? I won't put up with you if you're simply joking around. I'm going to have you continue the story. The one who received a calling card from the Phantom Thieves was an Olympic medalist. An alumnus from Shuzhin Academy. The PE teacher, Suguru Kamoshida. It all came out in his confession. He was guilty of everything. The abuse, the violations. But there should have been no connection between the two of you since you had just transferred. Why did you target him? That's unacceptable. Try and recall it once again. Sorry. I'm going to go to the teacher's room. We need to go to the teacher's room. We need to go to the teacher's room, We need to go to the teacher's room, who wants to go to the teacher's room. Who is waiting for us. Which is a bit problematic. We can save it. Perfect. Then I would say, this is my first video. And the third episode for you. We're now still in the beginning of the game. Aus guten Gründen ist es noch ziemlich streamlined hier. Aber wir haben schon einiges jetzt erlebt und können so langsam uns ein Bild davon machen. Was uns vielleicht noch so erwartet. Aber es wird noch viel, viel mehr und viel interessanter. Da können wir uns, glaube ich, sicher sein. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.